Was geht ab Leute, euer Frapsys hier. Heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video werden wir auf jeden Fall einen Rückwärtsparcours spielen. Also wirklich rückwärts. Man muss rückwärts laufen, springen, ohne was zu sehen. Freunde, wir haben hier einen Monsterpickel am Start, also nicht wundern. Ihr könnt schon mal gerne einen Daumen da lassen. Vergesst nicht beim Gewinnspiel mitzumachen, denn jeder, der bis Samstag etwas auf Instant Gaming sich gönnt oder beim Gewinnspiel mitmacht, hat eine Möglichkeit auf 20 Euro Guthaben auf Instant Gaming, also schaut da mal gerne vorbei. Jetzt würde ich sagen, Freunde, erstmal genug gequatscht. Fangen wir doch mal direkt mit dem Video an. Ihr seht selber im Hintergrund, der Code und so steht oben. Könnt ihr auch gerne selber spielen. Ich lese mir die ganzen Sachen jetzt hier durch. Aha, er sagt, es ist 100% machbar. Dann, was sollen wir machen? Wir dürfen nicht vorwärts schauen, okay. Wenn man nach vorne schaut, bekommt man Schaden, okay, krass. Wenn man stehen bleibt auf einem Checkpoint, kann man sich umsehen. Da sind manchmal Tipps, die muss man sich anschauen. Kann man alle 10 Level fertig machen, während man rückwärts läuft? Alles klar, Digga. Wir drehen durch, wir drehen komplett durch, Freunde. Wir drehen komplett durch, Mann. Okay, warte, warte, warte. Damage gleich 50. Da mege. Digga, ich denke nicht, dass man Damage so schreibt. Turn around and now go, don't cheat. Also, Freunde, wir müssen uns umdrehen. Alla. Okay. Mann, das fängt schon nicht lecker an. Ich sag's euch, wie es ist. Freunde, ich werde hier meinen Epileptischen Anteil oder so kriegen, aber wir geben uns Mühe. Wenn ihr euch fragt, was das ist hier, ich hoffe, man sieht das. Freunde, mein Headset geht's nicht gut. Akku war leer. Ich wollte Video aufnehmen. Mir ging's einfach nicht gut, deswegen müsst ihr jetzt... Ey, 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 ey. Was ist hier los? Hä? Digga, ich hab mich nicht mehr umgedreht. Ich kriege einfach so Schaden. Was ist das denn? Okay. Let's go. Ey, Bro, was wollt ihr mir da verzählen? Mann. Also, ich sag's euch, wie es ist, Freunde. Auf den ersten Blick ist schon mal eine geile Sache. Real Talk. Oh, 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 oh. Careful, Trap. Also, warte mal. Wie, Bruder? Ich darf mich nicht umdrehen. Okay, Freunde, da soll eine Falle sein. Ah! Wie soll ich's dir auslösen? Alter, das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer, Digga. Okay. Wir machen jetzt Speedrun. Ja, Digga, warum krieg ich jetzt wieder Schaden? Ja, Digga, komm. So. Mann! Ich hab X vergessen. Freunde, ihr müsst euch vorstellen, das ist echt ein neuartiger Parcours. So was spielt man ja nicht den ganzen Tag, so mäßig, wisst ihr. Ja, warum krieg ich wieder Schaden, Digga? Mann, ich darf nicht nach unten schauen. Glaub ich. Hallo? Mann, ich hab's vergessen, Digga! Ich hab's vergessen! Mann! Mann, ich hätt's geschafft! Was ist das? Freunde, jetzt aber. Real Talk. Wow, wow, wow! Was muss ich machen? Was muss ich machen? Oh! Oh! Digga! Freunde, das ist echt ein entspanntes Gefühl. You're on Checkpoint. Take a look, what is up next? Digga! Was? Okay, Freunde, wir dürfen nicht anhalten. Okay, okay. Ey! What the fuck? Einfach im Stehen! Jawoll, Digga. Warte mal. Ey, ey, ey! Immer mit der Ruhe, Digga! Ich hab' vergessen, Mann! Okay, besser ist das. Und Mann, ich hab' direkt einen Schaden bekommen. Demege. Damege. 50. Also hier auch Damege 50. Warte mal. Oh! Ah, fuck! Mann! Mann, ich hab' vergessen, Mann! Mann! Digga! Oh! Mann! Wie soll ich die denn auslösen? Ich sterb' einfach! Im Müll! Ah! Boah, ich hab' wieder keinen Schaden erhalten. Was ist das für ein Bug? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Careful. Mann! Careful Jump plus Trap. Bro! Ich bin doch gesprungen! Warum hat er so einen Mini-Jump gemacht? Mann! Mann! Digga, wie kann ich diese Falle auslösen, ohne da Hit zu bekommen? Für so Spielchen, Digga. Mann! Wie? Das gibt's doch nicht! Ich kann... Ich hab' vergessen, X richtig zu drücken, Mann! Was ist das? Das... Ich parke mein Leben nicht, Digga. Das gibt's doch nicht, Freunde. Das ist eigentlich übelst easy. Das ist eigentlich übelst easy. Real Talk. Genau, Digga! Nein! Ich bin so behindert. Ich bin behindert. Digga, das gibt's nicht. Ich war durch. Ich... Ich war durch, Digga. Wir machen jetzt Trick 17, Digga. Ich mach' jetzt Trick 17, Digga. Ist mir egal, Digga. Ja, Mo... Oh, 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 oh. Nicht umdrehen. Und? Oh! Ah, Jumbody! Oh, Jumbody! Oh, Freunde! Easy, Digga! Kein Problem für mich! First Try, Digga! Damege 100, Freunde! Vergiss nicht! Oh, oh, oh! Hey! Links, links, links! Nein! Okay, Freunde! Die Farben zeigen an, wohin man fliegen muss. Alles klar. Mitte. Mitte. Links. Ganz rechts. Ja! Ganz rechts, Digga. Links. Links. Ja, Moin, Digga. Ach, ja. Ja, boah, boah, boah. Voll easy. Easy peasy measy. Damege 50. The signs on the floor means in which wall the trap placed. Verstehe ich nicht, aber wir probieren es einfach mal. Okay. Ah, no, okay, Digga. So, das ist schon mal fertig. So, das verstehe ich jetzt nicht. Wo ist da jetzt die Falle geplaced? Moment. Kann ich mich umdrehen? Nein, 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 nein. Hey, ich wollte nicht. Lol, 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 lol. Wow. Freunde, ich schwöre, ich wusste nicht, wie. Wir haben das auf Bugbasis einfach grad geschafft. Holy shit, Digga. Bisschen chillen. Was ist das denn, Digga, jetzt schon wieder hier? Ja, moin. Oh Mann, Digga. Was ist das denn? Ich muss es erst überwinden. Und dann glaube ich, dass ich das eigentlich ohne Probleme schaffen sollte. Okay. Okay, perfekt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Perfekt. Wie ich es gesagt habe, Freunde. Man muss erst es schaffen und dann... Und geschafft, Digga. Ey, Freunde, ich seh's. Es ist zu einfach für mich. Zu einfach, Digga. Okay, nächstes Level. Damege 100. Wir müssen rüber. Okay, das kriege ich hin. Das kriege ich hin, Digga. Okay, okay, okay. Ich muss mich jetzt damit finden, aber... Bin ich behindert, oder was? Ey, Freunde, ey. Da, ich springe zu früh. Ich weiß, dass ich zu früh springe. Ich springe trotzdem. Was ist mit mir? Das war's wieder ganz komplett, Digga. Mir geht's gar nicht gut. Man, bin ich kaputt, oder was? Wie das denn, Freunde? Wie kriegen das denn? So. Jump. Ja, Bro. Ich jump doch, wenn da Jump steht, Mann. Wann soll ich sonst noch jumpen? Ey. Ich hab nur aus Bauchgefühl gesprungen. Und es war ein paar Sekunden spät. Ich werd behindert. Mir geht's nicht gut, Freunde. Ich sag's nicht, wie es ist. Alter, Freunde, bitte sagt mir, dass ihr das gelesen habt, was da stand. Da stand einfach Ducken, Digga. Ey, ich hab so richtig so... Das war der Moment des Tages, so. Und dann, Digga, einfach Genickbruch. Ja. Egal, ich schaff das jetzt. Entspannt, Digga. Gar kein Problem, eigentlich. Gar kein Problem. Ich hör gar kein Problem, Digga. Ja, moin, Digga. Ja, moin, Digga. Moin, moin, moin. Bitte. Macht keinen Stress jetzt. Jump. Crouch. Aufstehen. Jumpen. Bisschen nach hinten, nach vorne. Und anhalten. Zack, rein. Jump oder locker, bum, 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 bum. Alter, ganz einfach, Digga. Ganz einfach, Digga. Es ist, wie es ist. Ganz einfach. Und ich mach mich so dumm. Ja, komm, tötet mich. Smeka, tötet mich. Hauptsache, ich bin da durch. Weil es ist Müll. Müll. Okay, Digga. Nächstes Mal soll ich das bitte ein bisschen besser machen? Mir ging's grad nicht gut. Guck mal, warum sterbe ich jetzt? Warum bin ich jetzt gestorben? Lack, warum sterbe ich, Digga? Was ist das? Was mach ich denn falsch, Digga? Lack. Wo soll ich da hinspringen? Wo? Guck mal, ich sterbe einfach, ja. Freunde, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mir geht das grad gar nicht gut, ja. Jetzt krieg ich hier richtigen Anfall, Digga. Ich weiß doch nicht, wohin ich springen muss. Ich weiß es doch einfach nicht, ja. Ah, ich muss da nach oben. Okay, 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 okay. Ganz entspannt, Digga. Okay. Besser ist das jetzt. Also jetzt, jetzt, jetzt weiß ich ein bisschen. Wo, wie, was. So. Ja. Geil. Geile Sache, Digga. Geil. Voll. Ich sterbe einfach. Das kotzt mich an. Mann, ich hab nichts gemacht. Ich sterbe einfach, ja. Mann. Okay, okay, okay. Mann, es ist schwer, weil man nicht weiß, wohin. Man weiß es einfach nicht. Freunde, ich weiß nicht, wohin. Oh. Mann, ich hab Angst. Freunde, guck mal. Es ist höchstwahrscheinlich der letzte oder vorletzte Jump. No joke. Und wenn ich jetzt daneben springe, dann wird es mir nicht gut gehen. Es ist einfach so. Oh. Oh. Mann, ihr merkt euch eine Sache. Ich schaffe das jetzt aus Prinzip. Mann, dann höre ich damit auf. Wie sehe ich aus, Digga? Ich werde hier behindert. Ich muss mir den Scheiß hier antun. Ah, moin, Digga. Genau. Seht ihr das einfach? Ja. Das ist einfach nicht cool, Digga. So was ist einfach nicht cool, Mann. Ey, Freunde, ich hab außerdem auf meinen Tisch geschlagen, weil ich halt dann böse war und dann ist mein Mikrofon mäßig kaputt gegangen und dann hat es angefangen zu knistern. Das tut mir auf jeden Fall sehr leid. Ich hoffe, dass es nicht euch stört. Die letzten 30 Sekunden, gebt euch, dass ich wäre dann raus. Freunde, viel Spaß. Mir geht es nicht gut. Diese Haku ist nicht gut. Alles ist nicht gut. Bitte mach jetzt keine Faxen, Digga. Ich sag dir, wie es ist. Ja, Bro. Mann, Mann. Keine Lust mehr. Ich sag's euch, wie es ist. Müll, Digga. Müll. Freunde, ihr seht nicht, wie oft ich das schon probiert habe. Es geht nicht mehr. Es reicht. Es reicht. Gift. Wer überlegt sich sowas? Rückwärts. Ein Parcours. Gift. Gift ist es. Gift. Gift. Meine Seele wurde genommen. Meine Seele. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen. Da spielt diesen scheiß Parcours und schreibt mir, wie weit ihr gekommen seid. Tschüss, ciao.